UNTERTITELUNG Heute wird, nach 35 ehrenvollen Jahren, mein Dienst bei der Polizei enden. Wir drücken dich ganz fest, Franco. Wir wünschen dir alle nur das Beste. Alle halten ihn für einen Schwächling. Überraschend! Weil er immer gleich anbeißt. Wir haben ihn ausgewählt, weil wir sicher waren. Was ist in dem Aktenkoffer? Dass er sich nicht wehren würde. Er hat eine Waffe! Die sagten, dass er nicht schießen würde. Wer hat das gesagt? Geld ist der Bruder des Teufels. Mein Leben lang war es mein Ziel, ein anständiger Mensch zu sein. Dich? f convenient dich? Dich? Wann? Dich? Dich? Dich?